Leute, ich freu mich schon richtig, ich bin so für mich, ich freu mich richtig Pilsner Bier ist ein unterjähriges norddeutsches Pils mit Stammwürze von 11,3% Genusstemperatur 10 Grad Celsius, wie bei den anderen, Alkoholgehalt 4,9% Pilsner Braumalze sorgen für die helle, strohgelbe Farbe sowie einen trockenen Trunk Kalte Gierung, dass die feinstperlige Kohl soll und das erfrischende Mundgefühl entstehen Kräftige Hopfung mit den Sorten Select Perl, Tradition und Opal Das ist ein zarten Duft von Aprikose auf einer kräftig würzigen, langanhaltenden Hopfen Bittere entstehen Gut, wir werden mal sehen, was wir da so schmecken Kippeln Kippeln Reis up Haha Sagen die aber bestimmt in Norddeutschland Hast du fein gemacht Eieieiei Ich hebe mir so hoch nicht, dass du längst Rekater hast da Prost Sturdy Ich hab Bock, ich freu mich drauf Ah Kohlensäure Ja So, enttäuscht mich nicht, ja Hm Richtig, du tust schon mal gut Passt so irgendwie wie Holzen Haha Ja Das ist wirklich so wie Holzen Tja Hast du aber wirklich recht, was Oh, das ist aber Hey, jetzt muss ich mir mal kosten Hm Na Du hast aber wirklich recht, was So wie so Holzen In einem Störtebäcker Na Sag mal Ich wollte ja nur mal die letzte Stücke rauspressen Wie hab ich gepresst Die ist ja nicht bei der Weiburg Das ist schon echt Das ist schon wirklich lecker Also das ist schon Also diese Störtebäcker Pülsen da Das kann man echt gut trinken Also okay Ja Ist lecker Ist wirklich lecker Also so oder so ist es ein Silberbier Da freut mich, dass ich falsch lag Sehr schön Aber da hat man Holzen gekippt Auch Silber denn da Ja Auf jeden Fall Ganz knapp Gut Silber Wir haben noch nicht mal den Uwe Aber der Uwe ist ja egal, oder? Ja Okay Ich hab jetzt den Uwe mitgezählt Also ich hab jetzt so gezählt Dass den Uwe nicht hebt Der nehmt 21 Naja Der Uwe geben würde Der nehmt 20 Das wär trotzdem Silber Ja Auf jeden Fall Silber gibt's noch 19 Also Schon mit vorzüglichem Geschmack Und Recht ansprechenden Aussehen Jedoch Jedoch Bist du dir bewusst Trink mal als nächstes Trink mal als nächstes Ich hab da was dabei Das testen wir als nächstes Den Pilsator Also unbedingt nächstes Mal einschalten Kiksen Eigentlich mitgebracht Kikse, wahr? Naja Ja Also ich bin ja echt mal gespannt Welcher Bier? Kann nicht schlecht sein Das Wir werden sehen Also Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal